Herzlich Willkommen zurück zu Age of Mythology. Wir machen uns auf in die Unterwelt, genauer nach Niflheim. Ben Mission 28 in die Unterwelt. Gagarenze schickt sich an, das Tor des Norden zu öffnen. Werden unsere Helden genügend Soldaten haben, um ihn aufzuhalten? Spannende Frage. Oh, dieses Geräusch wieder, ne? Geht da schnell durch. An dieses Geräusch habe ich mich langsam gewöhnt. Gagarenze belagert bereits das Tor. Was, wenn die Tore sich öffnen? Dann wird Ragnarök über uns kommen. Kronos ist kein Feind, den man mit normalen Waffen aufhalten kann. Unsere einzige Chance besteht darin, Gagarenze aufzuhalten, bevor er die Tore öffnet und ihn frei lässt. Aha. Vernichten Sie die Feuerriesen, die Torramme wachen, bevor sich das Tor zum Tartaros öffnet. Okay. Aber wo ist hier... Ah. Wo ist denn meine coolen Infrastruktur von eben? Wir haben hier ja gar nichts. Verteidig den Brunnen! Er darf nicht zerstört werden! Macht so datenwiderstandsfähiger gegen Durchschlagsangriffe. Mhm. Ah, man kann hier durchschicken. Okay. Die Unterwelt hält viel Gold bereit. Das ist gut. So, wir brauchen... Nahrung. Das sind vier Stück. Okay. Wir brauchen Holz, was auch ein Problem werden könnte. Schwierig, schwierig gerade. Okay. Okay, Unterwelt. Ähm... Skippan. Der will. Skippan. Rotzweck. Skippan. Ihr seid mal Team 1. Und stellt euch mal hier so hin. Tor zum Hades. Ah, es fällt noch einiges aus. Okay. So, du gehst mir hier schnell erkunden. Eigentlich dürften hier kein Gegner sein. Wir haben ja alles platt gemacht. Hier haben wir Holz. Noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Hm. Ihr nehmt euch mal hier den hier. Nein? Nein. Ich gucke nicht sehr gründlich, ist klar. Aber ich suche auch nur Holz erstmal. Wo ist meine Riesenarmee von eben? Das ist gemein. Oh. Das hier sieht aus wie so eine Falle. Aber auch hier ist nichts. Okay. Nur für einzelne kleine Bädchen. Alles klar. Jetzt haben wir hier unten noch. Hier sind Bären. Hier kriegt ihr noch einen Karren hin. Ihr könnt keine Häuser bauen, weil kein Holz. Alles klar. Genau, geht's jetzt sammeln. Ah, hier haben wir auch Holz. Na gut. Ich soll gar nicht so weit wegschicken brauchen. Ah, was soll's. Wir brauchen... Holz. Dafür brauchen wir Nahrung. Okay. Nein. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Malista. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Okay, immerhin hier draußen scheint alles friedlich zu sein. Nein. Wie sieht das Tor aus? Ah, schon 5000 weniger. Oh je. Wir müssen dann langsamer zusehen, ne? Okay. Geht wieder zurück in die Unterwelt. Zack. Ja, Infrastruktur. Ähm... Du schläfst dich mal weiter. Du gehst sammeln. Bestell dich weiter dorthin. Und noch mehr Holz. Nee, erst mal mehr Nahrung. Und wie sieht es hier aus? Prozentueller Schaden. Ach, das steht jetzt 10%. Ne, gut. Schaut euch mal hier ein bisschen um. Ja, ich will. Something. Ja, ich will. Ja, ich will. Das ist doch mal hier unten. Dass man dann kennt es nicht so gut. Was hier, wo ist? Hier ist noch ein Reliquier. Inventerie wird schnell ausgebildet. Oh. Dein Auftritt? Wo du das schnellste bist? Bring es mal zum Tempel. Liegst du es alleine hin? Läufst du alleine durchs Tor? Nö. Gut, wir brauchen eine Waffenkammer. Ja. Ja. Till Buin? Fiosamad. Ja. Fiosamad. Ja. 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 Das können wir ernten. Brosteigma. Nee. Dankeschön. Holz und Gold können wir machen. Holz und Gold können wir machen. Skäpan. Das können wir machen. Russische. Malista. Die Uhren des In-City. Mhm. Inventerie wird jetzt schnell ausgebildet. Na, Kairon? Danke. Huch, er ist weg. Ja, und wir brauchen Hütten. Hütten, Hütten, Hütten. Ihr braucht jetzt Hütten. Ja, Holz. Ja, dann geht mal weiter kunden. Wo geht's denn da hin? Oh, ihr sammelt auch nicht mehr. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich will. Erreicht das klassische Zeit, Alter. Oh, Ei. Das sind ganz schön viele. So, ihr müsst auf jeden Fall drauf eingehen. Und erkannt, das wird eh drauf gehen. Ach, raus! Oder? Sag bloß, er will. Krass, gut gemacht erkannt hast. Echt dir nicht zugetraut, muss ich mal ehrlich zu sagen. Okay, Axtwerfer. Er wird die Angestärke von Axtwerfern, kann man es noch nicht leisten. Können es eigentlich noch gar nichts leisten. Huch, was bedeutet das? Ah, das ist gut. Ihr könnt... Ja, ihr zwei können mal... Ja, 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 ja. Wir werden jagen. Ihr seid sechs Stück. Ja, sagt. Drei, vier, fünf, sechs. So. Hier haben wir noch viel mehr Gold. Warte mal. Wo sind denn hier die beiden... ...Fragge, die hier am bauen waren? Ach, hier oben. Ja. Ja. Hier baut man noch einen Markt dahin. Und eine Bergfestung dahin. Ja. 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 Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne. Ja. 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 Es sind viele, verdammt. Ihr müsst euch alle um den gleichen kümmern. Und du gehst mal nach hinten. Kommen sie alle ein bisschen nach vorne. Oh, das macht sie weg. Ah. Nein, nicht so weit. Da ist er schon wieder. Au, erkannt, das fällt auch gleich. Oh, es werden immer mehr. Nee, komm, geht mal. Geht, 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 geht. War nicht schlecht, nee, aber... Oh, jetzt kommen drei mit. Ja, die wollen wir uns. Ja, ich will. Ja, 30%. So, du heizt mal schnell. Und in der Zeit können wir hier weitermachen. Was, was, was? Kommt ihr näher? Was wollt ihr? Oh, na toll. Ja, er rettet ihn hier. Ja. Sie gehen auf mein Holz. Also müssen wir noch draußen aufpassen. Das ist ja ätzend. Nein, das Ding wird drauf gehen. Und die Feste umgangfristig aus. Genau, mach ich fertig. Oh, da kann auch gar nichts. Hallo, geht da rein. Hm, mach der nicht mal. Na gut. Oh, und seid ihr rausgekommen? Na, ist nicht schlimm, wenn sie rausgekommen sind. So, werden sie wenigstens angegriffen. Okay, gut. Ja, macht mal da hinten weiter. Was ist denn mies? Das brauchen wir da auch noch. Aber wir sind schon fast gefunden. Was ist die Frage, kriegen die unten noch einen Aschbaden an mir? Ansonsten können wir uns ja hier langfristig durchschmerzen einfach mit den Fünfhänden. Oh, da kommen die Riesen dazu. Das ist nicht so gut. Ah, da gehen sie wieder. Oh, wer zurück? Na, kommt wer mit? Nicht so was. Okay. So, euch. Ihr kriegt nur extra. Hm, und ihr kriegt... Warte mal. Erstmal was noch besser machen. Und ins... Was? Was? Wo kommt ihr denn her? Ich hab keine Zeit für euch. Oh, Mann. Ich hab doch noch gar keine Armee. Oh, ne. Ihr seid Kavallerie, ne? Ja, 40%. Ich weiß. Hier, die sind stark in Kavallerie. Los. Los. Hoffentlich werdet ihr fertig. Ah, komm schon, komm schon. Sehr gut. Dann könnt ihr hier neue Häuser bauen. richtig auf das tod da komm ich muss helfen ja mann mann okay ja armee nix Nix. Oh, wieder kein Gold. Ah, die sind eigentlich zu groß hier, ne? So, ihr geht hier ein bisschen Nerven wieder. Dann? Warum kriegt ihr einen davon tot? Okay, rück, 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 rück. Einen haben wir tot und den Rest auch fast. Das ist doch schön. Hier kriegen wir langsam eine Armee. Und Gold kommt auch wieder rein. Wir können ein bisschen Nahrung verkaufen und ein bisschen Holz. Dann können wir uns nächste Zeitalter und holen uns auch die Feuerriesen. Des Weiteren können wir hier nix mehr machen, okay. Ich gehe, Pan. Oh. Wir arbeiten. Wir sind wieder geheilt, dann wir runter. Zwei, vier, fünf. Wir haben uns eben auch schon noch fünf. Komm, scheitern wir hier vorbei. Ja, vorbeischleichen ist ein schlechter Ding. Ja, ja, kommt zurück. Es geht zurück. Los, hi in. Dann können wir uns hier vorbeischleichen und dann hier die Rame kaputt machen. Ach, nee, das ist gleich in Ruhe. Na, drauf auf ihn. Und sammeln wir bitte da unten. Hier genauso. Hier unten sammeln. Und du auch da unten sammeln. Das große Tod geht bald nach. Wir können unseren Angriff nicht länger rauszögern. Ja, warum sagst du das? Wäre alles kein Problem, wenn wir hier nicht auch angegriffen werden würden, ne? Ich gehe an. Was doch macht? Ja, ja, ich habe es gesehen. Huch. Oh. Ich musste offenbar nur die Riesen kaputt machen. Sieht euch zum Brunnen zurück. Wir beziehen dort Stellung. Ähm. Okay. Ja, genau. Du alleine. Nein. Arcanthos, wir müssen weg. Wir können nichts mehr für ihn tun. Tja, wir haben Chiron verloren. Vielleicht hat er überlebt, vielleicht auch nicht. Wir werden es in der nächsten Folge vielleicht erfahren. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.